Ihr Gesicht würde ihm verraten, dass etwas nicht stimmte, dass es sich bei diesen Frauenproblemen nicht um solche handelte, die sich einmal pro Monat einstellten. Würde sie ihn anlügen können, wenn er sie direkt danach fragte? Im Augenblick nicht, nicht an diesem Abend. Sie würde ihm vielleicht alles sagen. Erleichterung, Angst und Schuldgefühle durchfluteten sie, als sie aufstand und zur Tür eilte. Sie warf einen schnellen Blick durch das Guckloch. Oh, sagte sie überrascht. Sie kannte diesen Mann, aber er war nicht ihr Vater. Eher aus Verwirrung als bewusst griff sie nach dem Türriegel, da ihr Verstand nach dem langen Tag wie umwölkt war. Währenddessen spürte sie bereits, dass es falsch war. Ihre Gedanken versuchten panisch, ihre Finger aufzuhalten und dafür zu sorgen, dass die Tür verschlossen blieb. Dieser Mann sollte überhaupt nicht hier sein. Und etwas schimmerte in seinen Augen. Etwas Gefährliches und Instabiles. Aber für den Bruchteil einer Sekunde war die Verbindung zwischen ihrem Gehirn und ihrem Körper unterbrochen. Wie in Zeitlupe zog sie den Riegel zurück und öffnete die Tür. Schon wurde sie aufgerissen und ihr ins Gesicht gerammt. Plötzlich spürte sie einen heftigen Schmerz. Sie fiel nach hinten auf den Boden und die ganze rechte Seite ihres Gesichts schmerzte, während vor ihren Augen alles verschwamm. Er schossen die Tränen in die Augen, die endlich den Weg ins Freie gefunden hatten. Sie versuchte zu schreien oder wenigstens zu sprechen. Eine Hand legte sich auf ihr Gesicht und hielt ihr Mund und Nase zu. Sie bekam keine Luft mehr, konnte kein Geräusch mehr von sich geben. Als sie sich wehrte, schlug er sie. Die Welt wurde herrlich dunkel. Flatternd schlug sie die Augen auf. Ihr Mund fühlte sich komisch an, und es dauerte einen Moment, bis sie begriff, dass etwas Wolliges darin steckte. Sie hob eine Hand, um es herauszuziehen. Nicht. Der Befehl ließ sie erstarren. Das muss da bleiben, ich will nicht, dass du schreist. Ihr Blick fiel auf das vertraute Gesicht, und sie blinzelte und flehte ihn lautlos, an sie gehen zu lassen. Es wird nicht lange dauern, sagte er, und es klang beinahe wie eine Entschuldigung. Er hielt etwas in der Hand, eine Nadel. Er zog ihre rechte Hand zu sich und hob die Nadel, um hineinzustechen. Sie stieß einen gedämpften Schrei aus und versuchte, die Hand wegzuziehen. Aber sie war schwach, und er hielt sie so fest, dass es wehtat. Doch der plötzliche Ruck überraschte ihn, sodass er sein Ziel verfehlte. Sie keuchte auf, als die Nadel in ihren Arm eindrang. »Sieh nur, was du getan hast!«, fuhr er sie wütend an, und sie sah erneut dieses Glitzern in seinen Augen. Sein Griff um ihr Handgelenk wurde fester, schmerzhafter, und er stach die Nadel ein weiteres Mal hinein. Sie versuchte mit der anderen Hand, ihn im Gesicht zu kratzen, und er verpaßte ihr eine Ohrfeige. »So treffe ich die Vene nicht!«, schimpfte er. Die Nadel drang abermals in ihre Haut. Er schüttelte den Kopf und murmelte leise etwas vor sich hin. Sie zog die Hand weg, und ein stechender Schmerz zuckte durch ihren Arm, als die Nadel verdreht wurde. Blut sickerte aus dem zackenförmigen Loch. Ihr wurde schwindelig, und sie glaubte schon, ohnmächtig zu werden. »Verdammt!«, erschleuderte die Nadel voller Wut quer durch den Raum, wo sie in einer Ecke landete. Zähneknirschend starrte er sie an, um dann auf ihren blutenden Arm herabzublicken. Er riss die Augen auf und schluckte schwer. Angeekelt sah sie mit an, wie er den Kopf senkte und das Blut ableckte. Als sie seine raue Zunge auf ihrer Haut spürte, wandte sie sich vor Entsetzen und Abscheu. Sie versuchte, sich ihm zu entziehen, doch er hielt ihren Arm fest und stieß ein seltsames Geräusch aus. Ein Schnauben. Er legte die Lippen auf ihre Haut und begann zu saugen. Sie sah wie betäubt mit an, wie er das Blut aus ihrer aufgerissenen Haut schlürfte. Schließlich ließ er von ihr ab und richtete sich auf, wobei ihm etwas Blut am Kinn herunterlief. »Ich musste es tun«, er wirkte leicht beschämt. »Tut mir leid«, die Welt verblasste abermals. Als sie wieder zu sich kam, war er verschwunden. Ein seltsames, klagendes Geräusch war in der Nähe zu hören. Ein Weinen? Ja, das war er. Er hielt sich noch immer in ihrem Haus auf und er weinte. »Die Polizei!« Sie musste die Polizei rufen, doch so sehr sie auch versuchte, sich zu bewegen und aufzustehen, ihre Gliedmaßen wollten ihr einfach nicht gehorchen. Blut sickerte aus ihrem Arm und tropfte auf den Fußboden. Endlich gelang es ihr, sich aufzuraffen und sich den Knebel aus dem Mund zu ziehen. Sie wollte sich gerade erheben, als ein Geräusch hinter ihr sie erstarren ließ. Und dann legte sich ein Stoffstück um ihre Kehle und strangulierte sie. Sie griff danach, bekam die Schlinge jedoch nicht zu fassen und riss den Mund bei dem Versuch zu schreien weit auf. Es drang kein Geräusch heraus. Sie bekam keine Luft mehr. Flecken tanzten vor ihren Augen, während die Welt verschwamm. Ein leises Kichern voller Boshaftigkeit und eine tiefe Stimme, die ihr ins Ohr flüsterte. »Kommen wir zum spaßigen Teil!« Kapitel 2 Samstag, 15. Oktober 2016 Detective Holly O'Donnell stand im Flur und beobachtete, wie die Rechtsmediziner Catherine Lambs Leiche vorsichtig auf die Bahre legten. Die Leiche lag in einem Leichensack und war nicht mehr zu sehen. Doch der Anblick hatte sich in ihr Gehirn gebrannt. Die verfilzten Haarsträhnen, die am getrockneten Blut im Gesicht des Opfers kleben geblieben waren, die Prellungen, die sich deutlich auf der blassen Haut abzeichneten, die zerrissene Kleidung, Catherines letzte unvermeidliche Demütigung. Manchmal konnte O'Donnell eine Barriere aus professioneller Gleichgültigkeit um sich herum aufbauen. Aber heute gelang er das nicht. Die beiden Männer, die die Bahre trugen, brauchten einen Moment, um sie aus dem Wohnzimmer zu schaffen und gaben sich dabei Mühe, nicht in den großen getrockneten Fleck aus verschmiertem Blut zu treten. Nachdem sie gegangen waren, nahm sich O'Donnell einen Augenblick, um sich neu zu konzentrieren. Die Atmosphäre an einem Tatort veränderte sich jedes Mal, wenn die Leiche weggeschafft worden war. Stimmen wurden lauter, Polizisten bewegten sich ungehemmter und gingen ihren Aufgaben sachlicher nach. Jemand erzählte einen Witz. Allgemeine Erleichterung machte sich bei allen breit. Die Toten waren fort, die Lebenden hatten die ungelösten Probleme zu klären. Sie betrachtete ihre Umgebung im schwachen Licht, das durch das Fenster fiel. Das Haus war klein und sie hatte den Eindruck, dass es bis zu den kürzlich stattgefundenen grausamen Ereignissen ein schönes Zuhause gewesen war. Ein gemütliches Schlafzimmer, ein angenehmes Wohnzimmer mit einer Couch und einem kleinen Fernseher. Die Küche war recht vollgestellt, aber Catherine Lamb hatte auf engem Raum Wunder bewirkt und die Töpfe und Pfannen so an die Wand gehängt, dass sie fast wie Dekorationsobjekte wirkten. Durch das Küchenfenster konnte man in den Garten sehen, wo der Rasen wild wucherte, durchzogen von Unkraut und mit trockenem Laub bedeckt. O'Donnell drehte sich zu Officer Garza um, der in der Küche stand und in seinem Notizblock blätterte. »Gehen wir ins Wohnzimmer«, sagte sie. Er brauchte eine Sekunde zu lange, um zu nicken und kurz zeichnete sich Missmut auf seiner Mine ab. Sie gewöhnte sich langsam an diese Augenblicke voller Boshaftigkeit. An Polizisten, die sie ansahen, als hätte sie es nicht verdient, sich Detective nennen zu dürfen oder auch nur Polizistin zu sein. Und als hätte sie es definitiv nicht verdient, hier das Sagen zu haben. Tja, aber sie hatte das Sagen, ob nun verdient oder nicht. Garza würde wohl oder übel damit leben müssen. Er betrat mit dem Notizblock in der Hand das Wohnzimmer und wartete auf sie. Sie zögerte einen Moment und der große Blutfleck auf dem Boden ärgerte sie. Für jemanden, der so groß war wie Garza, stellte der Fleck kein Problem dar. Aber sie konnte nicht einfach einen großen Schritt darüber hinweg machen. Sie würde springen müssen, wie sie es bereits zweimal getan hatte. Und aufgrund der Schuhüberzieher, auf denen sie bestanden hatte, konnte sie leicht ausrutschen und hinfallen. Außerdem sah es ihrer Meinung nach lächerlich aus, wenn sie hier wie ein Hase herumhüpfte. Sie machte einen Satz über den Fleck und rutschte tatsächlich beinahe aus. Als er sich aufrichtete, starrte sie Garza an und wartete nur darauf, dass er loslachte. Er tat es nicht. O'Donnell konzentrierte sich auf ihre Aufgabe, ging den Raum mit einem Maßband ab und nannte Garza die Werte, die er sich notierte. Garza und sein Partner waren als Erste am Tatort gewesen. Als O'Donnell hergekommen war, hatte sie Garza gebeten, alles festzuhalten, während sich sein Partner um die Absperrung kümmerte. Das Badezimmer und das Schlafzimmer hatten sie bereits vermessen, doch im Wohnzimmer konnten sie erst anfangen, nachdem die Leiche abtransportiert worden war. Das Badezimmer